Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich werde euch brechen. Versprochen. Was willst du hier? Ma, ich brauche meine Geburtsurkunde. Es geht nur mit deiner Hilfe. Ich werde ein Marine. Ein Marine? Du bist schwuler als alle Schwulen zusammen und das kann ja wohl jeder sehen. Bei dem gestrigen Bombenanschlag sind über 50 Schwerverletzte zu beklagen, darunter viele amerikanische Soldaten, die dort auf Patrouille waren. Nur dieses kleine Stück Papier ist mir noch geblieben von dem Traum, den ich für dich hatte. Die eigentliche Frage ist, warum bist du hier? Ich will ein Marine sein. Das reicht mir nicht. Ein guter Marine zu sein, bedeutet sich selbst zu kennen und über seine Grenzen zu gehen. Damit seid ihr gemeint, verflucht doch mal! Meister! Sie hat dich rausgeworfen. Meine Mutter, die redet kein Wort mit mir. Fast alle meine Freunde sind tot oder hinter Gitter. Sterbe ich jedoch in dieser Uniform. Schaut man zu mir auf, bin ich ein Held. Das Bootcamp hat die Aufgabe, dich zu brechen. Ich will nach Hause. Wenn wir aufgeben, haben die gewonnen. Warum ist die Waffe ihr bester Freund? Weil ich damit den Marine zu meiner Linken und den Marine zu meiner Rechten schützen kann, Sir. Ich hätte dich vor irgendeine Haustür legen können. Ich gebe uns niemals auf. Ich gebe uns niemals auf.